Von den einmal verhiesenen Fachkräften ist gar keine Rede mehr. Immer sichtbarer wird die Belastung für Schulen, Krankenhäuser und für den Wohnungsmarkt. Und auch der Verlust der Sicherheit, denn selbst SPD-Kriminologe Pfeiffer angesichts der nackten Zahlen einräumen musste. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kollegen, wir stehen möglicherweise vor einer Neuauflage der Großen Koalition. In jedem Fall aber sind die migrationspolitischen Vorstellungen von CDU und SPD bereits klar umrissen. Die Haltung der Grünen, die kennen wir alle bereits zur Genüge. Der FDP zeigt sich erwartungsgemäß flexibel. Eine Reform des Asylrechts, wie unlängst von Hans-Jürgen Papier gefordert und skizziert, wird parteiübergreifend verweigert. Das vorliegende Sondierungspapier von SPD und Union zeigt es klar. Die Tür nach Deutschland steht für jeden offen, der das Wort Asyl an der Grenze aussprechen kann. Die ursprünglich beabsichtigte Obergrenze ist in der Praxis eine faktische Migrantenuntergrenze, verbunden mit dem Mechanismus, entsprechende Ausreisen gegenzurechnen. Die Anzahl der Migranten im Land kann also nie mehr sinken. Und Martin Schulz hat ja bereits nachgelegt, mit der SPD wird es keine Obergrenzen geben. Die massenhafte, kulturferne und großteils unqualifizierte Migration soll also zum Dauerzustand werden, soll dauerhaft weitergehen. Und das mit allen finanziellen, kulturellen und religiösen Problemen, die so lange verleugnet worden sind. Wir verstehen die Ohnmacht, wir verstehen die Bürger und ihre Ohnmacht, denn statt die illegale Migration in unser Land zu begrenzen, wird dies noch befördert. Und nur ein Prozent der sogenannten Schutzsuchenden werden tatsächlich als politisch Verfolgte anerkannt. Ihre für einen Schutzsuchende genannt, hängen sie nun in den Watteschleifen, in den Asyl- und Duldungsverfahren fest. Gehen muss kaum jemand mehr. Und genau dieser Sachverhalt spricht sich herum. Stattdessen wird nach einem gewissen Zeitablauf daraus regelmäßig ein Daueraufenthaltsrecht. Dies ist die aktuelle Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte. Und es ist gerade nicht das Asylrecht, auf das sich das Grundgesetz bezieht. Das Asylrecht wird zu einem Einwanderungsrecht für faktisch jedermann verbogen und systematisch missbraucht. Die an sich schon illegale Migration soll jetzt noch weiteren Familiennachzug rechtfertigen. Weiterhin plant das EU-Parlament, das Dublin-System zum Nachteil Deutschlands zu reformieren. Und die Bürger fragen sich zu Recht, wo soll das enden? Wo gehen wir hin? Und wie wird Deutschland in 20 oder 30 Jahren aussehen? Was sind die Konsequenzen für das Bildungssystem, für die Sozialkassen, für unsere Sicherheit, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ganz besonders für die kulturellen Wurzeln unseres Landes? Und wie wird sich Rheinland-Pfalz, wie wird sich unser Bundesland verändern? Die illegale Massenzuwanderung per Missbrauch verschärft die Situation. Es verschärft eine Situation, die vorher schon problematisch war. Die Bildung von abgeschotteten Parallelgesellschaften, verbunden mit der Macht der Demografie, werden unser Land tiefgreifend und massiv umgestalten. 85 Prozent der illegalen Migranten sind unter 35 Jahre alt. Und schon diese Altersstruktur zeigt, dass es gerade keine Flüchtlinge sind. Es handelt sich in vielen Fällen um Ankerkinder, die die geplanten Kettenmigration aus islamischen Herkunftsländern hintergründen. Von den einmal verhiesenen Fachkräften ist gar keine Rede mehr. Immer sichtbarer wird die Belastung für Schulen, Krankenhäuser und für den Wohnungsmarkt. Und auch der Verlust der Sicherheit, denn selbst SPD-Kriminloge Pfeiffer angesichts der nackten Zahlen einräumen musste. Die massiven Auswirkungen der demografischen Veränderung zeigen sich ebenfalls schon heute. Deutsche Kinder geraten in sehr vielen Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz, in Ludwigshafen, in Germersheim, in Speyer, in Koblenz oder in Andernach in die Minderheit. Auch die Zahl der Grundschulen, in denen die deutschen Kinder in die Minderheit geraten, wird weiter anwachsen. Auffällig hierbei ist, dass die Migrantenquote in den Kindertagesstätten, also gerade bei den Jüngsten, viel höher ausfällt als in den Grundschulen. Größer als 70 Prozent beispielsweise in Ludwigshafen oder Germersheim. Und in Germersheim, um genau zu sein, 76 Prozent Migrationshintergrund in den Grundschulen. Viele Kommunen wie Ludwigshafen werden sich zu reinen Migrantenstätten entwickeln. Während die ältere Generation wegstirbt, drängt von unten ein massiver Migrantenanteil nach. Und die Lage noch zu verschärfen, das hat das nicht das Geringste mehr mit Asyl oder Humanität zu tun. Im Gegenteil, diese Vorgehensweise ist inhuman gegenüber der eigenen Bevölkerung. Die Vorstellung, Menschen aus großteils archerischen Kulturen per Kurs auf unsere Grundwerte zu verpflichten, ist bestenfalls naiv und wird krachend scheitert. Asyl ist Hilfe auf Zeit und eine Integration ist in dieser Form nicht zielführend. Tatsache ist, in der Masse, in der Gesamtschau bringt diese Migration unserem Land keine Vorteile, sondern lediglich Nachteile. Nicht Aufnahme, sondern mittelfristige Rückführung ins Heimatland ist das Gebot der Stunde. Die AfD wird die negativen Konsequenzen intensiv ausarbeiten und hier nicht lockerlassen. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank.